Alles, was lustig ist, trifft sich jetzt in Olten. An den Kabarett-Tagen mit dabei ist Ohne Rolf. Ohne Rolf ist ein Duo, das mit Humor, ohne gesprochene Sprache, mit Plakaten, ohne vier Elefants, mit Erfolg das Publikum zum Lachen bringt. Ohne Witz sehen Sie selber Ohne Rolf. So funktioniert das durchaus absurde Konzept von Ohne Rolf. Dialog per Plakat, auch mal mit dem Kleinkind in einer Kiste. Wir bitten die beiden so plakativen Künstler zum Interview. Guten Abend, Ohne Rolf. Was machen Sie eigentlich auf der Bühne? Wie ist eigentlich die Idee entstanden vom Kabarett ohne Wort? Und dorthin kehren wir zusammen mit Ohne Rolf zurück. Hier, auf den Strassen von Bern, haben die Plakate laufen gelernt. Zehn Jahre ist das nun her. So sah damals der erste Versuch aus. Die Aufforderung der beiden Verschwiegenen, gar nicht erst hinzusehen, wirkt auf die Berner offenkundig kontraproduktiv. Ja, es ist noch lustig, die Reaktion, die ich hatte. Ich bin extra geblieben und sie haben Schilder darauf versteht. Ja, geht weg, schaue nicht her, es ist nichts Interessantes. Das sind mal solche, die nicht nerven und sie fallen gleich irgendwie auf. Es sei nichts zum Schauen, es ist eben doch etwas zum Schauen. Es ist eigentlich eine Logik, was ich da verbreiten darf. Was ist jetzt anders gewesen heute im Vergleich zu vor zehn Jahren? Und was ist das eigentlich, was die Tiere machen? Gibt es da einen tieferen Sinn dahinter oder ist es noch Unterhaltung? Bei den Bühnenauftritten von ohne Rolf spielt das Publikum eine unverzichtbare Nebenrolle. Etwa wenn auf 600 Plakaten Kumbaya, my Lord, angestimmt wird. Applaus Danke ohne Rolf. Und mit dem Wort in der Hand zurück auch zur gesprochenen Sprache. Das war's, sag ich.